Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Wir sind jetzt bei Folge 83, also unserer zweiten Staffel. Ja, uns, wen haben wir denn da? Ist der Chris da? Der Chris ist da. Also es ist jetzt nicht Folge 83 der zweiten Staffel. Es ist die insgesamt 83. Folge, also die dritte der zweiten Staffel. Legen wir los. Ja, wir gehen heute nach Niedersachsen. Und werden uns genauer mit der Justizvollzugsanstalt Salinenmoor beschäftigen. Wir beginnen mal mit der Geschichte der JVA. Die Anfänge der früheren JVA reichen bis in das Jahr 1949 zurück. Die JVA Zelle pachtete im März 1949 von der Klosterkammer Hannover den Kultivierungsbetrieb Salinenmoor, um mit Gefangenen einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. Zunächst kultivierten Gefangene Moor- und Heide Landflächen. Als Unterkunft diente den Gefangenen in der ersten Zeit sogenannte Nissenhütten. Die Unterkunfts- und Wirtschaftsgebäude wurden in den folgenden Jahren errichtet. Der rund 127 Hektar große Betrieb verfügt über eine landwirtschaftliche Nutzfläche von so circa 116 Hektarn, auf dem 90 Kühe und Rinder sowie 200 Schweine gehalten wurden. Die Justizvollzugsanstalt Zelle profitierte in den folgenden Jahrzehnten von ihrer Außenstelle Salinenmoor durch Versorgung mit Gemüse und Kartoffeln aus eigenem Anbau. Am 2. Mai 1975 begann mit dem Bau einer neuen Justizvollzugsanstalt in die Salinenmoor eine neue Ära. Der Neubau sollte vor allem die Anstalt in Zelle entlasten. Nach einer zweieinhalbjährlichen Bauzeit wurde die Justizvollzugsanstalt Zelle 2 am 1. Januar 1978 in Betrieb genommen. Zunächst waren ausschließlich Gefangene mit einer Haftzeit zwischen 6 und 18 Monaten in Salinenmoor untergebracht. Nach Schließung des Gefängnisses in der Mühlenstraße in Zelle im Jahr 1985 kamen Sicherheitsverwahrte und Untersuchungshäftlinge hinzu. Am 1. Januar 1991 wurde die JVA Zelle 2 eine selbstständige Einrichtung unter eigener Leitung. 1996 erfolgte die Namensänderung in JVA Salinenmoor. Die JVA war ab diesem Zeitpunkt zuständig für männliche Erwachsene Strafgefangene mit einer Freiheitsstrafe zwischen 4 und 8 Jahren und für Sicherungsverwahrte aus den Bundesländern Niedersachsen und Bremen. Weiterhin gab es Abteilungen für Untersuchungsgefangene und für den offenen Vollzug. Nach einer Neuordnung der Vollzugslandschaft der niedersächsischen Justizvollzugsanstalten war der Vollzugsstandort Salinenmoor seit dem 1. Januar 2007 wieder eine Abteilung der JVA Zelle mit Zuständigkeit für männliche Untersuchungsgefangene sowie Strafvollzug für 5 bis 8 Jahre. Insgesamt gab es dort 214 Haftplätze. Seit dem 27. November 2014 befinden sich keine Gefangenen mehr in der JVA. In den letzten Jahren gab es viele Versuche, das Gelände der JVA zu verkaufen. Als Interessenten waren unter anderem die Kaulitz-Brüder von Tokio Hotel im Gespräch. Auch wurde angedacht, dort Cannabis anzubauen. Im Februar 2024 wurde in den Medien mitgeteilt, dass es einen Käufer für die JVA gäbe. Ja, jetzt aber mal genug mit Geschichte. Wir gehen jetzt zum 26. Februar 1996. Das war ein Montag. Die 40-jährige Sozialarbeiterin Sabine K., wir haben den Namen geändert, betreut in der Sozialtherapie der JVA-Häftlinge. Einer von ihnen, der 37-jährige Holger M., möchte einen Bekleidungsantrag stellen und benötigt hierfür ein Formular, welches er bei Sabine abholen möchte. Der Mann ist ein Schwerkrimineller. Er hat mehrere Sexualdelikte begangen und einen Mord. Er hat eine Frau von der Straße weggefangen, vergewaltigt und erdrosselt. Bevor er sie tötete, hatte er ihr angekündigt, dass sie jetzt sterben werde. Deshalb sitzt Holger M. sogar in Sicherungsverwahrung. Ein Psychiater in einem der früheren Prozesse bezeichnete ihn als schizoid, aggressiv und uneinsichtig. Was Sabine nicht ahnt. Der Häftling ist mit einem beidseitig geschärften Messer und einer Schere bewaffnet. Der große, kräftige Mann hält ihr das Messer an die Kehle und bringt sie in seine Gewalt. Der Täter fordert die Büroschlüssel von Sabine. Ihr ist klar, wenn sie die Schlüssel herausgibt, hat sie keine Chance mehr. Sie versucht zwar, sich zu wehren, hat aber weder körperlich gegen den Täter eine Chance, noch ist sie irgendwie bewaffnet. Sie muss ihm schließlich die Schlüssel überlassen, womit er die Bürotür zuschließt. Außerdem schiebt er einen Aktenschrank vor das Fenster. Die 48-jährige Leiterin der JVA, Katharina B., möchte gerade Feierabend machen, als sie eine Meldung bekommt, dass Sozialarbeiterin Sabine K. nicht auffindbar ist und ihr Zimmer auf der Station der Sicherungsverwahrten verschlossen ist. Ihr Schlüssel ist ebenfalls weg. Die Kollegen merken schnell, dass etwas anders ist als sonst und es macht sich panikbreit. Die anderen Insassen werden früher als sonst in ihre Zellen gebracht und eingeschlossen. Plötzlich klingelt das Telefon von Katharina B. Es ist Sabine. Sie spricht mit leiser Stimme und klingt resigniert. Sie sagt, der Geiselnehmer verlangt absolute Ruhe. Es ist inzwischen laut geworden auf dem Flur des Sicherheitsverwahrten. Die Häftlinge rebellieren gegen den frühen Einschluss und trommeln gegen ihre Zellentüren. Katharina kennt den Geiselnehmer gut. Er spricht, weil er der Sprecher der Sicherungsverwahrten ist. Er tritt oft großspurig auf, betont männlich lässig. Die Leiterin weiß, dass er auch vernünftig sein kann. Wenn sie mit ihm unter vier Augen spricht, kann er sehr aufgeschlossen sein. Sie spricht mit ihm am Telefon. An seiner Stimme erkennt sie, dass sie ihn momentan nicht erreichen kann. Sie kennt aber seine Akte. Er ist ein Schwerkrimineller und kann sehr gefährlich sein, wenn es ihm gelingt, sein Opfer zur Ameise zu machen. Die Chefin sorgt sich sehr um das Leben der sensiblen und schüchternen Angestellten. Sie ist empört und fühlt sich zugleich sehr stark an diesem Tag. Was sie zu diesem Zeitpunkt aber nicht weiß, Sabine wurde von dem Schwerkriminellen vergewaltigt. Katharina glaubt, dass sie mit Holger M. fertig wird und sagt zu ihm, lassen Sie Frau K. gehen, ich tausche mich ein. Als der Geiselnehmer Sabine K. gehen lässt, ist die Leiterin mit ihm alleine im Büro. Sie muss sich auf den Boden des Zimmers setzen. Von dort aus redet sie mit dem Täter. Als Psychologin sind Krisensituationen für sie nichts Außergewöhnliches. Sie hat in der Situation keine Angst und fühlt sich inlendlich sehr stark. Inzwischen ist die alarmierte Polizei in der JVA Salinemont eingetroffen und hat mit dem Inhaftierten telefoniert. Der Einsatzleiter bittet ihn, den Hörer des Telefons auf den Schreibtisch liegen zu lassen, sodass die Polizei weiß, dass der Geisel nichts geschieht. Mit der Polizei vereinbart Holger, dass jemand das Büro betreten wird, um Cola zu bringen. Außerdem eine Liste der JVA Beamten, die gerade im Dienst sind, damit sich der Täter einen Beamten aussuchen kann, dem er am meisten vertraut. Dieser soll ihn auf seine Zelle eskortieren. Auch nach einer Weile erscheint niemand in Sabines Büro. Die Einsatzleitung ist sich nicht sicher, ob das weitere Vorgehen eine gute Idee ist. Eine geschlagene halbe Stunde passiert nichts. Anschließend ist draußen ein Hubschrauber zu hören, der der Polizei gehört. Irgendwie kippt plötzlich die Stimmung. Das bemerkt Katharina bereits an der Stimme von Holger. Er wird roh, seine Wörter werden primitiv. Mit einmal stellt der Täter weitere Forderungen. Er möchte jetzt 200.000 DM ein 5er BMW als Fluchtauto und sagt dies der Polizei in den Telefonhörer, der immer noch auf dem Tisch liegt. Die Polizei bittet um Zeit. Sie will sich in zwei Stunden wieder melden. Holger legt nun den Hörer auf und wendet sich an seine Geisel. Er fesselt ihr die Hände auf den Rücken, stopft ihr eine Damenstrumpfhose in den Mund. Katharina erkennt erst jetzt, dass er die Strumpfhose wahrscheinlich Sabine ausgezogen hat. Dann vergewaltigt er die Leiterin der JVA. Aber auch in dieser Situation bewahrt die Psychologe Nerven und zwingt sich, in dieser absurden Situation ruhig zu bleiben. Ein Sicherungsverwahrter hat Verkehr mit der Anstaltsleiterin in einem Dienstzimmer. Sie schaut sich nach den Möbeln im Zimmer um und konzentriert sich auf den Teppich, so lange bis es vorbei ist. Die Minuten nach der Vergewaltigung sind für Katharina die schlimmsten. Im Grunde genommen hat Holger M. nichts zu verlieren. Er weiß selbst, dass er bis zu seinen letzten Tage im Gefängnis sitzen wird, wenn er nicht schon vorher durch die Polizei getötet wird. Er hat also überhaupt nichts mehr zu verlieren und könnte die Psychologin ebenso gut umbringen. Ihr einfach mit dem scharfen Messer die Kehle durchschneiden. Nach der Vergewaltigung zündet sich Holger eine Zigarette an. Katharina deutet mit ihren Augen an, dass sie auch eine rauchen möchte. Der Geiselnehmer nimmt ihr die Fesseln ab und gibt ihr eine Zigarette. Gemeinsam rauchen sie eine. Holger fängt an zu reden und sagt, wissen Sie, hinterher tut es mir mal leid. Anschließend beginnt die Geisel zu reden. Sie schafft es, Holger nach einer Weile zur Aufgabe zu überreden. Sie legt ihm eine Hand auf den Arm und sagt, komm, wir gehen jetzt raus. Der Geiselnehmer stimmt zu. Sie ruft bei der Einsatzleitung an und sagt, wir kommen. Der Häftling gibt Katharina das Messer, bevor sie die Tür öffnen und gemeinsam hindurchgehen. Sie müssen noch durch einen langen, dunklen Gang, an dessen Ende schwer bewaffnete Polizisten warten. Holger M. wird vom SEK festgenommen. In der Zelle des Sicherungsverwahrten finden die Beamten später noch 20 weitere Messer. Dieser hatte er bei einem Grillfest im Sommer zuvor unbemerkt einstecken können. Die Geiselnahme hat nach mehr als vier Stunden ein Ende gefunden. Aber wie ging es mit den Opfern und dem Täter weiter? Sabine K. ist nicht über die Tat hinweggekommen, war viele Jahre in Therapie. An ihren Arbeitsplatz in der JVA ist sie nie wieder zurückgekehrt. Inzwischen ist sie am Krebs gestorben. Der Geiselnehmer wurde anschließend in ein anderes Gefängnis verlegt und wegen des Überfalls und der beiden Vergewaltigungen elf Monate später zu weiteren 15 Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Leiterin der JVA war bereits drei Tage nach der Tat wieder an ihrem Arbeitsplatz. Noch im selben Jahr bekam sie vom damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Bis zum Jahr 2002 war sie weiterhin in der JVA tätig. Anschließend wechselte sie bis zu ihrer Pensionierung für zehn weitere Jahre in den kriminologischen Dienst. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem über die Geiselnahme und forscht über Suizide in Gefängnissen. Die Psychologin hat sich später oft gefragt, warum Holger M. sie vergewaltigt hat. Sie war bei ihrem Dienstantritt die erste und einzige Frau in Deutschland, die ein Hochsicherheitsgefängnis geführt hat. In der Belegschaft gab es große Abwehr gegen sie, auf manchen Stationen wurde sogar Stimmung gegen sie gemacht. Auch die Häftlinge sind nicht mit einer Frau als Leiterin in einem Männerknast einverstanden gewesen. Katharina glaubte, dass die Tat eine Abwehr gegen Frauen war. Dies habe schon mit der Aggression gegen die Sozialarbeiterin begonnen. Holger wollte vielleicht ein Zeichen mit der Tat setzen, dass Frauen im Knast nichts zu suchen haben und vor allem nichts zu sagen. Heute sagt sie, die Geiselnahme und die Vergewaltigung gehören zu meinem Leben, aber sie sind nicht wichtig. Sehenden Auges hat sie sich damals in die Situation begeben und sie hat gewonnen. Was für ein Fall. Also der Fall ist für mich nicht neu. Ich habe den Fall schon mal gehört damals. Du hast ihn gehört? Ja, also ich habe ihn auch schon mal gehört und gesehen. Ich glaube, den gab es auch schon mal beim NDR oder bei den größten Kriminalfällen. Und der hat mich damals schon fassungslos gemacht. Ich finde das echt beeindruckend, wie sie mit der Situation umgeht. Aber ob sie jetzt wirklich gewonnen hat, ich weiß es nicht. Ja, also ich finde, ich habe irgendwo so ein Interview noch mal gelesen. Das war ein paar Jahre später in der Zillischen Zeitung. Ich fand sie war, also ich habe sie so als wahnsinnig starke Frau da irgendwie empfunden und fand das total beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich das in so einer Situation gemacht hätte. Klar ist sie da irgendwie die Chefin gewesen und man fühlt sich ja schon so für seine Angestellten verantwortlich. Aber sie wusste ja nun, was der Holger für ein Typ ist. Sie kannte seine Akte genau und wusste, dass der schon mal Frauen vergewaltigt hat und umgebracht hat. Und das finde ich damals schon, also zu dem Zeitpunkt wusste sie ja nicht, dass er die Sozialarbeiterin schon vergewaltigt hat. Das ist ihr erst hinterher klar geworden. Aber trotzdem, weil sie halt seine Akte kannte, sich da denn dann als Geisel eintauschen zu lassen, finde ich schon richtig, richtig mutig. Ja, so wie das denn dann hinterher. Also sie selber hat sich da halt schon so gefühlt, dass sie da aus der Situation noch gut rausgekommen ist. Hätte ja so, wie das wirklich gesagt war. Er hatte ja es in der Hand. Der hätte sie mit einem Stich, mit einem Schnitt hätte der sie umbringen können. Und sie hätte sich da nicht großartig wehren können. Und so hat sie das, glaube ich, gemeint, dass sie denn da in der Situation halt so gewonnen hat. Klar hat sie noch nicht wirklich, also alles, alles gewonnen mit der Vergewaltigung, das kann man ja denn dann so oder so sehen. Das ist natürlich jetzt kein Gewinn gewesen. Aber sie ist da aus der Situation rausgekommen und das Ganze ist da irgendwie unblutig geendet. Und so würde ich das jetzt mal interpretieren. Der Fall macht mich nach wie vor immer, immer wieder, wenn ich ihn höre, fassungslos. Weil, ja, war es jetzt schlau? War es jetzt wirklich das, was du sagst, stark? Oder war es eher dumm? Was hättest du denn gemacht anstelle der, wenn du jetzt Leiterin der JVA gewesen wärst? Das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob ich da alleine hingegangen wäre und mich tatsächlich ausgetauscht hätte. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie man in so einer Situation schlau und richtig reagiert. Also deswegen wird es in der Situation für sie die richtige Lösung und der richtige Weg gewesen sein. Ja, aber wie gesagt, es hätte halt auch alles ganz anders kommen können. Also die Vergewaltigung an sich ist ja schon schlimm, aber wie wir schon mitgeteilt haben, der hätte ja auch keinen großen Verlust gehabt, hätte er sie jetzt umgebracht. Nö, er selber hatte ja überhaupt nichts zu verlieren. So wie ich sage, ich sitze ja eh in Sicherungsverwahrung, wer weiß, ob ich hier überhaupt jemals rauskomme. Und wenn dann noch ein Mord dazukommt, ja, so what? Dann ist es halt so, ist mir alles egal. Aber er musste jetzt zurück in Strafhaft. Also das etwas freiere Leben in der Sicherungsverwahrung, das konnte er jetzt dann nicht mehr genießen. Also so gesehen hat er sich das dann schon wieder verbaut. Ja, ich weiß gar nicht. Ist das so viel freier in so einer Sicherungsverwahrung? Ja, also in der Sicherungsverwahrung ist es halt so, dass es nicht mehr so richtig zellenmäßig, also klar, die sind auch noch weggesperrt, aber die können da halt so, ich sage mal, eher wie so in Wohngruppen zusammenleben. Also es ist nicht mehr so, dass sie jetzt in der Zelle sind, sondern können sich halt auch wirklich freier auf so einem eigenen Gang und Bereich bewegen. Okay, ich fand das nur so ein bisschen skurriert, dass das SEK denn dann einen noch in der JVA festnimmt. Ja, das ist auch schräg, ne? Bringen die den, haben die den dann gleich in den anderen Knast gebracht oder wird man denn dann erst zur Polizei gebracht? Das ist eine gute Frage. Also theoretisch, die Frage ist, ob dann jetzt wieder untersuchungshaft angeordnet werden muss. Theoretisch müsste es wahrscheinlich gemacht werden, damit er aus diesem Sicherungsverwahrtenstaus rauskommt, weil das ist ja so gesehen, die Sicherungsverwahrung ist ja eine Strafe nach der Strafe. Und deswegen ist das ja ein bisschen anders. Die Maßregel wird er vollzogen, na ja. Genau. Gehen wir davon aus, ne? Der wurde dann erst mal wahrscheinlich inhaftiert und dann hat er einen neuen U-Haftbefehl bekommen und dann gab es wahrscheinlich das Verfahren. Ich finde es aber auch, ja, irgendwie so echt so eine tragische Geschichte für die Sozialarbeiterin auch. Also die ist da so überhaupt nicht drüber hinweggekommen, was man auch verstehen kann, weil ich finde es krass, dass die Leiterin wirklich nach drei Tagen wieder am Arbeitsplatz war. Aber sie selber hat sich dann halt gesagt, ja, wenn du jetzt noch drei Wochen hier zu Hause rumjammerst, wird es irgendwie auch nicht besser. Man muss da möglichst schnell, ja, wieder so einen Einstieg finden. Dann wird es vielleicht gar nicht so schlimm. Und das war auch so, dass sie dann dann bei dem gesamten Personal, die sie vorher ja auch so ein bisschen, ja, gemobbt haben oder halt auch nicht so mit einverstanden war. Und ich kann mir das auch wirklich vorstellen, wie das damals in so einem, ich sage mal, Männerknast war. Da waren dann ja auch wahrscheinlich überwiegend männliche Justizvollzugsbedienstete. Und wenn einem dann dann so eine Frau vor die Nase gesetzt wird, was man so gar nicht kennt. Es ist ja nun schon eine ganze Weile her. Das ist ja nicht im Jahr 2024 gewesen, wo das vielleicht alles so ein bisschen normaler geworden ist. Aber seinerzeit war das ja wirklich die erste Frau, die da so ein Hochsicherheitsgefängnis geleitet hat. Und da war sie dann da wirklich nicht so wirklich gern gesehen als Frau. Und hinterher hatte sich das so komplett gewandelt, dass die alle gesagt haben, ja, wow, Respekt, was die Frau, ja, diese mentale Stärke halt irgendwie so bewundert. Und da hatte sie ein ganz anderes Standing hinterher. Die Frage wieder, zu welchem Preis, ne? Ja, aber, also wie gesagt, ich bin da echt so der Ansicht, dass ich sage, es ist wirklich total mutig von ihr gewesen, was sie da gemacht hat. Weil ja, sie hat ja echt ihr eigenes Leben riskiert. Und es muss ihr ja eigentlich auch so ein bisschen klar gewesen sein, wenn man denn dann sagt, ja, man tauscht sich da als Geisel ein. Aber sie wusste wohl auch, dass die Sozialarbeiterin, dass die halt, ja, sie hat sie wahrscheinlich so für psychisch nicht so stark gehalten wie sie selber und hat dann dann halt auch gesagt, ja, dann soll er lieber die arme Frau da gehen lassen. Ich schaffe das, ich bin stark, so wie sie das auch da halt geschrieben hat. Ich meine, ich hatte auch irgendwo, weiß nicht, an das Interview oder so, wo sie wirklich gesagt hat, ich habe mich an dem Tag total stark gefühlt und ich habe gedacht, ich kriege das alles hin. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn sie vorher auch gewusst hätte, dass der die schon vergewaltigt hat und dann hätte sie vielleicht auch gesagt, oh, okay, nee, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Aber ja, das mit der Polizei lief damals ja irgendwie auch nicht so richtig rund. Ich weiß nicht, ob die da noch nicht so eine richtige Einsatztaktik hatten oder ob die da noch nicht so richtig Erfahrung hatten oder so. Das war ja dann schon so ein bisschen komisch. Ja, genau, das wäre jetzt so eine meiner Fragen auch noch gewesen, was denn da mit der Polizei los war. Weißt du, es gibt so eine lachsare Forderung wie, bringt mir eine Cola und die Dienstliste und selbst das klappt nicht. Was ist denn da passiert? Also mal ganz ehrlich. Ja, die waren sich denn dann wohl irgendwie nicht so richtig einig und hatten dann wohl erst mal diskutiert, ob ja, kann man das denn dann machen und ist das der richtige Weg? Und keine Ahnung, vielleicht ist das, es ist ja auch kein Standardfall, ne? Eine Geiselnahme in der JVA. Weißt du, was mir da dann wieder einfällt in diesem Zusammenhang, dieses Zögern und wo wir über den Fall in Hamburg gesprochen haben, von diesem Banküberfall, wo sie sich auch nicht sicher waren, soll ich jetzt zugreifen? Und dann ist der eine reingerannt und wurde dann erschossen. Wenn dich an den Fall denn noch erinnerst. Der war ja aber auch schon älter, ne? Und das war, glaube ich, jetzt nicht kein gut ausgebildetes, ausgerüstetes SEK. Das waren damals doch irgendwelche Streifenpolizisten in Hamburg. Stimmt, trotzdem, aber die wussten ja damals auch nicht, was sie machen sollten, ne? Also. Ja, in dem Fall war es halt schlecht, aber ja, was wäre denn dann gewesen, wenn die Polizei einfach das Zimmer gestürmt hätte und er hätte da gesessen und hätte der Frau das Messer schon an Hals gehalten, weil er vielleicht auch schon mal gehört hätte, dass da irgendwie einer auf dem Flur rumläuft oder so. Und in dem Moment, wo sie die Tür eintreten, schneidet er ihr die Kehle durch. Das wäre auch nicht gut gewesen. Ja, aber gut, er war ja, bevor ja dieser Hubschrauber da rumgeflogen ist, war er ja noch relativ, ich sag mal, in einem annehmbaren Zustand. Hätte man ihm seine Cola gebracht, hätte man ihn da vielleicht dabei dann überwältigen können oder rausnehmen können. Aber gut, das fällt wieder in dieses Hätte, Wäre, Würde, Wenn, ne? Hätte, Hätte, Fahrradkette, ja. Also ich glaube, Einsatzleiter bei der Polizei möchte ich da auch nicht sein, wenn da quasi mindestens zwei Menschenleben auf dem Spiel stehen, ne? Also ich hab, das Witzige war, ich hab da irgendwie angefangen, weil ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ach ja, als das, die JVA wurde als so Lost Place im Internet so angepriesen und da hab ich mir auch gedacht, ach, ist ja mal ganz interessant. Ich kannte diese Geschichte nämlich nicht von dieser Geiselnahme. Ich bin ja nicht so die ganze Zeit mit True Crime unterwegs, so wie du. Und habe dann, ich weiß, ich glaube, es war dann dann bei Wikipedia so ein Artikel, da hab ich das dann dann gelesen, was da so grob passiert ist. Und dann war das Witzige, da unten steht ja dann auch immer so links noch zu anderen Berichten oder irgendwie was. Und da stand dann dann noch ein anderer Name, einer anderen Frau. Und dann habe ich auch gedacht so, ah, dann ist das die Frau, die quasi die erste Geisel war. Hab mich denn mit der Geschichte von der Frau beschäftigt und habe dann dann irgendwann festgestellt, dass das eine ganz andere Geiselnahme war. Es gab, ja, ich glaube 2009 war das, in der JVA Straubing auch eine Geiselnahme, wo diese Frau, ich glaube, war sieben Stunden oder so, als Geisel da war, da lief das mit der Polizei auch nicht so rund. Also es gab so viele Parallelen. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie immer gedacht, das ist eins, weil die Frau hat nämlich auch ein Buch geschrieben und das ist hinterher verfilmt worden. Ich habe aber diesen Film irgendwie, das ist ja nun doch schon ein paar Jahre alt, hab den hier halt so im Internet irgendwie nicht mehr gefunden. Und dann habe ich auch nur gedacht, na ja, die haben das vielleicht so ein bisschen einfach so, wie wir halt so Namen geändert teilweise auch und haben vielleicht aus der JVA Salinmoor, JVA Straubing gemacht und so. Aber dann passten auch die Daten nicht mehr. Und dann sage ich so, sag mal, das kann doch irgendwie alles gar nicht sein, bis ich dann da irgendwann mal so auf die Glorache gekommen bin. Ach so, da hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Hast du wieder mal einen lichten Moment gehabt, ja? Ja, zwischendurch mal einen. Das war, ja, war so ganz witzig. Aber das scheint halt nicht die einzige Geiselnahme in einem Gefängnis gewesen zu sein. Das scheint es wohl häufiger zu geben. Und in Straubing ist es zumindest so, auch, ich sage mal, gut ausgegangen, dass die Geisel da rausgekommen ist. Aber auch die ist hinterher überhaupt gar nicht mehr klargekommen, hatte Angstzustände, Panikattacken, also so richtig übel. Und die hat dann auch zugestimmt. Ja, hat so ein Buch geschrieben, hat das dann dann auch verarbeitet, hatte hinterher auch einen anderen Job. Die hat als Hundetrainerin gearbeitet und hat das dann dann auch mit diesem Film da irgendwie, weiß ich nicht, noch begleitet oder so. Jedenfalls hat sie sich vorab diesen Film angeguckt, bevor der veröffentlicht wurde und hat sich kurz danach umgebracht. Ach du Scheiße. Ja, so ein paar Tage bevor dieser Film rauskam, hatte sie auch noch ein Interview mit zwei Reportern von, ich weiß nicht, ich habe es auf jeden Fall gelesen von irgendeiner Zeitung oder so. Und die hatten von ihr einen ganz guten Eindruck, dass die gesagt haben, ja klar, das ist eine heftige Sache gewesen und sie kam damit anfangs überhaupt gar nicht klar. Aber mittlerweile haben wir den Eindruck, dass sie so eigentlich wieder recht stabil ist in ihrer Situation, hat hier ein anderes Leben, wohnt woanders und ist damit eigentlich so ganz gut klargekommen jetzt. Aber die Reporter haben sich denn dann hinterher selber gewundert, dass die auch da denn so ein falsches Bild von ihr hatten, dass es ihr scheinbar überhaupt gar nicht gut ging. Total tragisch irgendwie. Es tat mir dann auch so leid. Und ich habe auch auf SWR war das, habe ich auch ein Radiointerview mit ihr gehört. Da hat sie auch erzählt von dieser Geschichte, wie das da im Einzelnen passiert ist in der JVA. Ist dieser Film dann noch rausgekommen? Oder haben sie dann gesagt, okay? Doch, ich meine, ja, ja. Ich glaube, der heißt sieben Stunden oder irgendwie sowas. Habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf. Aber jetzt googelst du. Natürlich. Ja, also. Das will ich jetzt tatsächlich. Sieben Stunden heißt der von 2018. Jaja, aber ich habe ihn jetzt irgendwie nicht mehr. Vielleicht kann man sich den ja noch mal angucken und dann mal schauen, was in der JVA Straubing so passiert ist. Zur mittelmäßigen Bewertung. Aber es waren halt so große Parallelen zwischen diesen Fällen. Und dann war das auch noch so, nach diesem Suizid hatte auch die Leiterin von der JVA hier aus Salinenmoor, wurde wohl von der Zeitung da auch noch mal zu befragt, was sie denn dazu sagt, dass die Frau da gestorben ist. Und da habe ich auch die ganze Zeit immer gedacht, ja, da besteht ja ein Zusammenhang. Ja, natürlich kannten die sich, weil die haben ja auch vorher in der JVA Salinenmoor zusammengearbeitet, was ja aber dann dann letzten Endes irgendwie auch nicht passte, weil es ja dann hieß, die erste Geisel hat gar nicht mehr in der JVA gearbeitet. Dann passt das ja nicht, dass die denn irgendwie in Straubing sonst hätte irgendwie. Und ach, also es war alles total, total verworren. Da habe ich mir auch gedacht so, ja. Kann man etwa nicht alles glauben, was im Internet steht? Nein. Überraschung. So ähnliche, so ähnliche Fälle hat. Aber ich fand den Fall halt trotzdem total beeindruckend. Warst du mal bei der JVA Salinenmoor? Nee, tatsächlich nicht. Man kann da einmal rumgehen. Okay. Ich fand das immer nur komisch, dass es mal dann die JVA Zelle war, dann war es wieder die JVA Salinenmoor. Und also irgendwie war das immer wirr. Und dann war sie irgendwann einfach weg. Ja, ich weiß irgendwie auch gar nicht. Ich meine, so alt war die hier dann auch nicht. Wären wir nun JVA in Norden allgemein, die hier schon wesentlich älter sind. Ich weiß nicht, ob sie die zwischendurch nicht modernisiert haben oder was denn dann bei denen irgendwie nicht passte. Es ist wirklich ein ganzes Stück hinter Zelle. Und man, also auf YouTube gibt es Videos, da sind Leute da dann auch quasi rein gegangen. Obwohl das natürlich alles irgendwie abgesperrt ist mit den hohen Mauern und dichten Gittern. Aber irgendwie haben sich die Leute da immer wieder so Schlupflöcher gesucht. Und wir hatten auch eins gefunden. Aber ich war natürlich dagegen, weil irgendwie ist mir das nicht geheuer, in eine JVA einzubrechen. Wäre auch irgendwie schön, wenn eine Justizbeamtin in einer JVA beim Einbruch erwischt wird. Das ist ja auch schön, oder? Ja, das wollte ich nicht. Aber es gibt Leute, also wir haben von drinnen Geräusche gehört. Also es waren mit Sicherheit Leute drin. Aber das war mir, das ist mir irgendwie zu unheimlich. Und da bin ich auch denn echt zu gesetzestreu. Tja, Nicole, also bisher war es eine eher etwas sehr, ja, doch traurige und seelisch ein bisschen, ja, nicht so gute Folge. Hast du irgendwas, was wir vielleicht noch raushauen können, um das Ganze so ein bisschen netter zu gestalten? Ein nettes Ende? Du meinst, wir wollen die Stimmung wieder nach oben bringen mit dem Experten der Woche. Ja, das wäre eine gute Idee. Den habe ich. Die Experten der Woche. Ich habe was. Und zwar ist das, ja, so ein bisschen so ähnlich wie das letzte Mal, aber ich fand es irgendwie auch total witzig. Das war in Braunschweig. Was machst du denn, wenn dir ein Rucksack mit Wertsachen gestohlen wird? Also als Hannoveraner in Braunschweig sein, ist immer schon mal kritisch. Das ist schon mal schlecht. Ja, aber angenommen, du bist aus Braunschweig. Also vorhin war ich schon mal eine Anstaltsleiterin. Jetzt bin ich in Braunschweiger. Es wird nicht besser, diese Folge. Ich merke das schon. Okay, also wenn mir mein Rucksack geklaut wird, dann würde ich vielleicht zur Polizei gehen. Genau, hat er auch gemacht. Ein 45-jähriger Mann ist am Mittwochabend auf eine Wache gegangen, weil ihm ein Rucksack mit Wertsachen gestohlen wurde. Und er wollte da dann eine Strafanzeige aufgeben. Was er aber nicht wusste, dass er selbst von der Justiz gesucht wurde, weil er hat nämlich im Oktober 23 wegen Erschleichen von Leistungen eine Geldstrafe bekommen und hatte 570 Euro nicht bezahlt. Deswegen stand er da bei der Polizei auf der schwarzen Liste, sage ich jetzt mal so. Und dann haben sie gesagt, ja, Anzeige können Sie aufgeben, aber Sie werden noch gleich selbst verhaftet und müssen noch 38 Tage absitzen. Oder die 500 irgendwas Euro zahlen, ne? Genau, oder die 570 Euro bezahlen. Aber er hatte ja auch keine Wertsachen mehr, die waren ja gestohlen worden. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er die so spontan bezahlen konnte. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber weißt du, was ich jetzt gedacht habe, was du für eine Geschichte erzählst? Dass er zur Polizei geht und die Sache anzeigt und dann wird der Rucksack gefunden und in dem Rucksack sind irgendwelche Sachen, die er bei einem Einbruch geklaut hat. Das hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ach so, ja. Oder Drogen oder so, genau. Ja, aber das wäre ja auch mal richtig dämlich, wenn man denn dann zur Polizei geht und sagt, mir sind die Sachen, die ich gestohlen habe, gestohlen worden. Ja, genau. Deswegen, das hätte ich auch so vermuten können. Aber die Geschichte ist auch natürlich super. Das wäre auch lustig. Kannst du vielleicht mal kurz was erzählen zu der Ersatzfreiheitsstrafe, was sich da geändert hat? Ich finde das ja nicht so gut, muss ich sagen. Also persönliche Meinung. Früher war es halt so, es gibt eine Geldstrafe, wenn jemand zu einer Geldstrafe verurteilt wird, dann richtet die sich nach Tagessätzen. Also es gibt eine bestimmte Anzahl an Tagessätzen und eine Tagessatzhöhe. Die bestimmt sich nach dem jeweiligen Einkommen des dann Verurteilten. Und vorher war es so, dass ein Tagessatz auch ein Tag Haft bedeuten würde, wenn er diese Geldstrafe nicht bezahlt. Ersatzweise quasi. Ersatzweise. Deswegen Ersatzfreiheitsstrafe. Jetzt seit dem 1.2. dieses Jahres gibt es die Änderung. Das heißt, wenn du den Betrag nicht bezahlen kannst, dann gilt es nicht mehr eins zu eins. Also zum Beispiel 50 Tagessätze sind da nicht mehr ein Tag. Also pro 50 Tagessätze. 50 Tage? Nicht mehr 50 Tage Freiheitsstrafe, sondern die werden jetzt halbiert. Das heißt, 50 Tagessätze sind dann so gesehen nur noch 25 Tage Haft. Aber um die Haft abzuwenden, also gar nicht in Haft gehen zu müssen, musst du trotzdem den vollen Betrag bezahlen. Das ist halt das, was heutzutage noch so ein bisschen für Probleme sorgt. Ja, aber warum sollte man nur den Halbmittag bezahlen müssen? Das wäre ja Schwachsinn. Dann würde ja die Strafe halbiert. Naja, die Verurteilten denken halt, wenn ich nur die Hälfte rein muss, dann muss ich auch nur die Hälfte bezahlen. Hä? Nee, also dieser Logik kann ich jetzt nun so nicht folgen. Weil ich meine, wenn ich zu 60 Tagessätzen verurteilt werde, ah, ich sage jetzt einfach mal 100 Euro oder was, dann muss ich halt meine 6.000 Euro bezahlen. Und dann kann ich denn da nicht, wenn mir die Freiheitsstrafe, Ersatzfreiheitsstrafe angedroht wird, kann ich sagen, ach so, ich soll 30 Tage in den Knast, ja, dann bezahle ich mal 3.000 Euro. Hä? Ja, es ist aber schon ganz schön schräg. Und naja, was meint ihr denn dazu? Ist das fair, dass das jetzt geändert worden ist, dass das jetzt zwei Tagessätze, einen Tag Freiheitsstrafe sind? Oder sagt ihr, nee, wie es vorher war, war das schon eigentlich ganz gut so. Würde mich mal interessieren. Was war die so hauptsächliche Intention des Gesetzgebers? Habe ich denn dann gesagt, die Gefängnisse sind sowieso voll und diese Ersatzfreiheitsstrafen bringen eh nichts? Oder warum hat man das gemacht? Man hat das hauptsächlich tatsächlich deswegen gemacht, weil die Gefängnisse halt volllaufen und die JVA's halt eine große Arbeit immer bei den kurzen Freiheitsstrafen haben. Also was weiß ich, so 30 Tage, 40 Tage, weil du kannst mit den Leuten, du verwahrst sie in der Zeit ja nur, weil du kannst sie nicht wirklich dazu irgendwie, dass sie da arbeiten gehen oder sowas. Dafür ist die Zeit halt zu kurz. Das lohnt sich halt nicht, die da wirklich dann anzulernen. Und deswegen hat man gesagt, okay, wenn dann schon kurz, dann aber halbieren wir das Ganze noch ein bisschen. Ich habe mal irgendwie einen Bericht, ich glaube, oder es war ein Podcast oder irgendwie sowas von der Süddeutschen. Das war auch so, dass die mal so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt haben, was bei dieser Ersatzfreiheitsstrafe da denn dann los ist. Und da werden alle möglichen Leute einfach eingeliefert. Da kommen dann dann die Obdachlosen, die alkoholabhängig sind und da eigentlich auch irgendwie erst mal Hilfe bräuchten. Da kommen die Drogenabhängigen, die auch da nicht wirklich behandelt werden können oder therapiert werden können oder überhaupt irgendwie, die dann halt einfach nur auf Entzug sind, weil sie keine Drogen da kriegen. Und dann kommen dann irgendwelche alten Leute, die krank sind und eher ins Altersheim gehören. Dann kommen Leute, die psychisch krank sind, die auch nicht in die JVA gehören, sondern eher irgendwie, weiß ich nicht, auch ins Krankenhaus oder eine psychiatrische Klinik oder irgendwie sowas. Und die haben gesagt, also es ist Wahnsinn, was die da für ein Spektrum haben. Und sie können den Leuten da irgendwie überhaupt gar nicht gerecht werden. Der eine dreht da nachts durch und schreit die ganze Zeit in seiner Zelle rum. Und die anderen hängen da irgendwie rum und die wissen gar nicht, wie die mit denen überhaupt fertig werden sollen. Also das war irgendwie der reinste Horror, was ich da gehört habe. Da habe ich mir dann auch schon gedacht, so ja, ich weiß ja nicht, ob diese Ersatzfreiheitsstrafe da dann irgendwie so den großen Sinn und Zweck erfüllt. Na gut, aber darüber, was der Gesetzgeber sich gedacht hat, ich glaube, da könnten wir jetzt noch mindestens fünf Jahre streiten und könnten nie zu einem richtigen Punkt kommen. Es ist, wie es ist, ne? Es ist, wie es ist, ja genau. Nein, wir können da, natürlich kann ich nichts daran ändern. Ich finde das auch richtig, dass irgendwie, also irgendeine Bestrafung muss es hier auch geben. Da habe ich auch schon mal so eine Diskussion gelesen, wo denn dann Leute so waren, die denn dann meinten, so nee, was hat denn Strafe überhaupt für einen Sinn und das braucht man doch auch alles gar nicht. Und wo ich mir dachte, hä, wie stellt man sich denn dann bitte schön eine Welt vor, in dem es so gar keine Strafe gibt? Was soll denn dann mit den Leuten passieren, die jetzt hier andere vergewaltigen und umbringen? Die dürfen einfach weitermachen? Oder was? Also das Konzept habe ich überhaupt nicht verstanden. Nee, da fehlen mir auch so 99 Cent am Euro. Oder ob man da auf Selbstjustiz setzt oder was? Keine Ahnung. Also das, ich fand es zwar interessant, aber irgendwo so, also schon die Überschrift Schwachsinn. Wie gesagt, ob diese Ersatzfreiheitsstrafen nun alle so sinnvoll sind für jeden, das weiß ich auch nicht. Da kamen ja nun auch schon mal irgendwie so Vorschläge, dass man das irgendwie ganz lässt. Aber so gar nicht bestrafen kann ja auch nicht sein. Willst du dann immer kurze Freiheitsstrafen machen? Das ist ja auch, führt ja auch zu folgen JVAs. Ja, aber wie viel, was würdest du denn dann schätzen? Wie viel Prozent der Leute können denn dann ihre Geldstrafen nicht bezahlen? Also ich habe jetzt keine, ich habe jetzt keine Zahl. Ist jetzt nur mal einfach so. Also aus meiner täglichen Arbeit würde ich so sagen, irgendwie schaffen es sehr viele noch, ihre Geldstrafe zu bezahlen. Und wenn es halt über viele Monate und Jahre ist, in kleinen Raten. Aber viele schaffen es, die zu bezahlen, dass wirklich die Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt wird, ist eher tatsächlich weniger. Okay. Ich hatte gedacht, dass das schon häufiger mal vorkommt, dass die Leute das sind dann nicht bezahlen können. Meistens bei den Leuten, die dann halt auch unbekannten Aufenthalts sind, wo dann nicht weiß wurde, wo sie sind. Und dann werden sie irgendwann aufgegriffen. Und dann wird es halt vollstreckt. Weil die ja meistens auch nicht mal so 500, 800 Euro auf Tasche haben. Nee, das stimmt. Schon gar nicht, wenn denen der Rucksack geklaut wird. Das stimmt. Aber Nicole, kommen wir mal zu etwas anderem. Du erinnerst dich an unsere letzte Freude. Und an unsere letzte Folge wollte ich eigentlich sagen. Und da haben wir unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, ob wir mal eine Folge machen sollen, wo wir alle Folgen einmal durchgehen, also unsere letzten 80 Folgen, wo es kein abschließendes Endurteil gibt. Und mal darüber sprechen wollen, was aus diesen Fällen geworden ist. Und schätze mal, wie groß ist wohl der Anteil. Oh Gott, das ist doch überhaupt gar keine Arbeit. Und schätze mal, wie viele unserer Hörer das denn so hören wollen in Prozent. Ja, wahrscheinlich, weil du das ja eh schon wolltest, hätte ich mal gesagt, so 60. Ja, ja, es sind 100. Bitte? Alle haben dafür stimmt, dass sie eine Folge über... Also alle, die abgestimmt haben. Okay, ja, schönen Dank. Genau. Und das heißt, wir werden uns jetzt mal dran setzen und eine gemeinsame Folge machen. Es ist ja bisher bei uns immer so, einer bereitet dann die Folge fürs nächste Mal vor und das wechseln wir uns dann jedes Mal ab. Und ich würde sagen, für unsere nächste Folge halbieren wir uns mal die Arbeit. Du guckst dir vielleicht Folge 1 bis 40 mal an und ich gucke mir Folge 40 bis 80 an. Und dann können wir ja mal zusammen schreiben, was wir so bei den offenen Fällen rausgekriegt haben. Was hältst du davon? So läuft das im öffentlichen Dienst, wird immer schön nach Endziffern aufgeteilt. Paragraph 1, jeder macht seins. Ich 1 bis 5, du 6 bis 0. Ganz genau. Der Klassiker. Sehr schön. Ja, das machen wir natürlich gerne. Ich bin aber selber auch mal so ein bisschen gespannt, was da jetzt... Also viele Fälle waren ja nun auch schon... Du hast ja nun auch schon alte Gammelfälle angebracht gehabt von 1800 dicke Milch. Da ist vielleicht die Revision noch nicht durch. Nee, unter Umständen liegt es noch beim BGH. Ja. Ja, ich bin echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Gut, Nicole. Sind wir durch mit der JVA Salinmoor? Ist alles gesagt? Ja. Ich hoffe auch mal, dass ich das Video noch fertig kriege. Wir haben ein fesches Drohnenvideo da mal von gemacht. Wir sind da einmal rübergeflogen. Vielleicht schaffen wir das noch. Stellen wir mal auf Instagram. Ja, das machen wir gerne. Also wir sind nicht zusammen rübergeflogen, sondern die Drohne ist da rübergeflogen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich war nicht in der Drohne drin. Aber man sagt ja immer, man fliegt Drohne. Also man bedient die Drohne mit der Fernbedienung so quasi. Du bist Pilot. Drohnenpilot. Ja, ich bin Betreiber sogar. Mit amtlicher Genehmigung vom Luftfahrtbundesamt. Ja, bevor das jetzt zu trocken wird, wünsche ich euch ein schönes... Das ist gar nicht mal so einfach. Bevor das jetzt zu trocken wird, wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ja, das wünsche ich euch auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.